Lassen Sie uns einen Augen... Soll ich die Zwischenrufe wiederholen, die wir hier eben in der Pause aus Ihren Reihen gehört haben, an die Adresse unserer Fraktion? Soll ich das wiederholen, was wir hier eben in der Pause von Ihnen gehört haben und was zu Recht ein Ordnungsgeld ausgelöst hat? Können Sie nicht mal einen kurzen Augenblick den Mund halten und mal innehalten mit dem, was Sie hier an Zwischenrufen zu machen haben? Meine Damen und Herren!